gar nicht ach so das ist der ventilator der kühler das sind keine zombie geräusche das sind die zombies der liebe und damit herzlich willkommen bei einer weiteren runde habe es cool sniping ich weiß nicht wie man es nennen könnte aber wir sind wieder unterwegs diesmal ist es ein bisschen getauscht und zwar ist der habe es gut mit uns als zombie unterwegs und wir man zu gucken was man dann so reißen kann er nicht so lange labern wir müssen wieder bei der schule raus ja okay ja sie sagen ja auch schon schule oder schule ich war immer noch im flugzeug und dann nicht mehr und dann schon und was dgsq dgsq mit dem habe es genau ein wenig abgekupfert hat kommt ja nicht von mir ist es sehr viel gesagt ich habe aber recycling ist unweltfreundlich dass das richtig mir fällt auch dass ich nichts mehr zu trinken stehen aber ich sollte mir gleich mal noch was dazu stellen eine milch nee aber so gehört sich das das ist ein bild so einmal einmal bitte das zwittert holen aber noch umgucken bitte sind jetzt eigentlich bitte kommen oder so würde ich sagen erst mal sammeln schuld und der ja okay von mir aus gruppen foto an die wand einmal mit der füge gruppen foto doch das klingt falsch die kleinen bitte nach vorne den kleinen nach vorne die grüßen machen ein bisschen platz kommen wir das sind doch soziale zum bis hier alle mal lächeln und 321 sehr schön und ist einmal oben liebe ach komm pack dein auto weg mann das ist können wir mal herausfinden wer das ist so sind einfach umbauen das ist der hier glaube ich reparen sein auto man da steht irgendjemand mit dem auto neben seinen pc und denkt sich ich mache mal einen abgas test oder so die person die hier hockt ist das ja jetzt der brügel schlag die zusammen ich stand richtig beim brügel so ich glaube team feier ist aus und freundlich ja leider passt eigentlich auch so so um mäßig jahr ist naja zu kommen wenn du mal kommt gar nicht kommt erik motiviert sie mal ein wenig dann laufen sein konkret gerade warte und ins fortfallen danke erik sehr höflich wir spiel auch zombies unter euch war sie ihr wisst gar nicht mehr wir sind oder kein namen haben aber die leben diese verdammten leben Wir haben uns alles in Ordnung genommen. Wir sind alle nackig. Nein! Wir müssen Hosen haben und Hemden und Hüte. Alles! Nein! Das ist Revolution. Schaals! Wir müssen uns koordinieren. Wir dürfen nicht weiter und sein Zierik. Die Brüder und Schwestern. Ja? Was ist das da auch? Ich will kein Mädchen haben. Ich will kein Mädchen haben. Der kriegt... Ja dann auf... Kleidung! Jo! Lass mal machen! Jo! Lass mal machen! Jo! 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 Das ist ekelhaft! Jo! Das ist ekelhaft! Hier ist wieder die Verstoppung! Einer hat lockiert das ganze... Leider links! Da ist noch ein Ausgang! Ja! Da fängt ein scheiß Kadawan an! Hier gibt's Verstoppung! Laufen wir überhaupt nicht in die richtige Richtung? Bilder sind raus! Sehr schön, Zefi! Und der nächste ist da auch da! Da fängt er zu messen! Das ist ein bisschen zu messen! Hier war einfach irgendwer... Der Eingang war hier unter einem Körper! Mann! Vielleicht ist da Kleidung drüben. Das wäre gut. Ich brauche ein neues Paar Socken. Ich brauche Marschmusik. Hast du gerade Blasmusik gesagt oder Marschmusik? Aber unsere Liebe nicht. Oh Gott. Nein, Simon. Was machst du? Jeder Ton getroffen. Ja, hier geht's so, aber nur nicht richtig. Klauseln ab. Ich würde den gerne muten, aber... Was zur Hölle? Schon wieder der Autotyp? Da hat er einen Türen-Fetisch, okay? Oh, ich habe den Drop aus dem Auto gelaufen. Da hat er einen Türen-Fetisch, okay? Ja, ja. Muss es auch gehen. Oh, diese Türen. Oh, wo ist der Drop-Panel? Den haben wir gegessen. Oh, geil. Könnte ja nicht sein. Nein, keine Musik. Jetzt hast du die ganzen Klamotten vergessen, super. Super. Oh nein, ich höre es jetzt auch. Okay, ich bin weit genug vorne, um sie nicht zu hören. Äh, sieht nicht so aus, nein. Oh, nö. Ah, ich höre es. Ah, ich höre es, nice. Ich glaube, durch die letzte Runde dürften die wissen, dass wir zum Drop rennen. Ja, das könnte sein, ja. Ey, Loschek. Ich kann Crouch-Jumpen, durch Zufall. Ja. Ich boxe den Loot auf. Das wäre geil, wenn man den zerstören könnte. So. Wir sind hier. Äh, soll man da in den Wald? Da in den Wald, dann fallen wir nicht drauf. Ehrig. Zufälligerweise heiße ich auch Kevin. Das ist echt ziemlich verwirrend. Ich heiße auch Erik, also. Wir sind berühmt. Sie rufen unseren Namen. Ja. Eins, eins, eins. Was? Ich bin zu viel. Mich ewig verfreut. Das glaube ich nicht. Kein Problem. Müssen sie da hinten über den Hügel gehen, ne? Äh, hier von dieser Kiste einfach ein bisschen Richtung Bäume und dann einfach mal umrühren. Kein Problem. Geht weg hier. Oh mein Gott. Ihr Vater-Zombie, wohin jetzt? Wir brauchen Nachrichten. Wir sind jetzt beim Drops. Und jetzt? Der Drops gelutscht. Ja, dann bewegt mal eure Zungen und macht mal sauber das Ding. Boah. Du bist eckerhaft. Die haben gesagt, wird gelutscht, ja? Der Drops wird gelutscht. Mahlzeit. 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 So. Wo rennt ihr denn jetzt alle hin? Na, Frank ist der Schwarze. Hat er die Schwierigkeit bei South Park doch noch angepasst, ja? Ja, alle mehr nach. Hilfe. Und das muss ich jetzt auch nicht. Ich muss mal kacken. Ich blicke noch, aber du bist doch direkt an der Nähe. Wir lieben die Natur an. Jetzt fängt Sefi auch schon mit Schweizerisch an. Wir sollten am besten erst auf die Zone warten und dann gucken, wie wir weiterlaufen. Oh, ey. Wir schatten die Freunde am Stein. Oh, boah, ja. Alles klar, wo alles klar ist. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das da jetzt? Zombie? Oh, wie? Wir warten mal auf und wechselt zum Zauber. Oh, so. Oh, so. Oberbefehl Zauber Gronkh. Oh, shit. Oberbefehl Zauber Gronkh? Es wird doch ihn verlaunt. ich glaube da hat sich verlaufen das war das nicht offensichtlich obergefreite paaren ich glaube nicht dass zombies ränge haben ist das nicht irgendwie erschreckend wenn man sagt nach schöne frau und dann eine männliche stimme sagt nein bitte nicht unter der führung sterben wir sofort wie kommt alle fünf minuten eventuell man oder ja dann haben wir das so richtig zum wir nehmen so keiner weiß was er machen soll alle stehen komisch rum bis alles klar kann es sein dass wir eventuell nur weggelockt haben und selber machen das kann sein ja die machen jetzt nämlich solo fotos an der schule oh nein die zombies sind von minecraft oh wir legen uns hier hin ok ist das eine schule mitläufer alle hinlegen ich habe ja so eine halbe arschbacke gerade seine füße ins gesicht danke käse zum mitnehmen ja die raspen bei die die sind einfach locker weg gerannt obwohl pandora war ja vorhin in der gruppe irgendwo das hört sich falsch an wie wärst du gleich einfach ein bisschen weiter richtung ja naja ich komm hier nicht weg ich komm hier nicht weg erst mal ein paar Screenshots hier das ist doch easy okay ich glaube ein paar leute haben sich schon verabschiedet wenn ich das richtig sehe aber es sind glaube ich noch genug da ich würde sagen wir warten erstmal alle hier und legen uns da oben an der Böschung war eigentlich schon ganz geil oder ein was warte der Curry sagt da was er hört den nicht ne Currys tot er soll was sagen Curry hat was markiert aber ich glaub das sehen nicht alle ne wir können da jetzt nochmal hinlaufen genau das ist ja ein bisschen in welche Richtung komm 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 la ehm entweder bin ich das nochmal rote genau und nicht auf keinen Fall allein zu treffen sondern immer aus der Gruppe raus agieren immer wir haben wir haben gemerkt so wie gerade Erik wie gewöhnt ich nicht nachher zum Angriff dann okay Schlachtruf alles aa führ die Horde Der Schlachtruf ist Eirange! 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 Hey, das klappt ja! Mann, ich werde immer wieder dazwischen gestoppt. Ja, das ist in der Menge. Da kommt Curry nach. Der ist in Curry! Hör mal ein Schild hochhalten! Hör mal ein Schild hochhalten! Hör mal ein Schild hoch oder so! Da vorne! Hey, Lucien! Schottler! Hör die Horde! Das ist nach dem Raucher an. Zemeckes! Oh nein! Aua! Auf nach Klebe! Auf nach Klebe! Abonniert mein Channel! Okay! Hör mal ein Schild! Was ist los? Alter! Eirange! Was denn? Diese Masse! Drei Leute bist ja nur verreckt! Woran überhaupt? Wenn Zombies sich so absprechen und Marmorsteine singen, dann haben wir ganz andere Probleme! Ja, das mag ja sein, aber wenn Vovie auf mich zukommt und das singt dabei, dann hab ich schon verloren! Mer socioee! Harmer? 政 diktrischen! Hör mal ein Schild auf! Ich schiff mir jetzt gar bildlich vor! Das ist ja echt schrecklich! Ich f sean wants! Ich fasse selbst vom Video die Cirfamily! Jesus bis auf eine Lose sch²freien ich habe! Ja sehr trotzdem! Dankeschön! echt so ein bisschen nervig luschen minus fünf so viele frames hast du bei so viel er kann ja so schon nicht spielen 0,025 könnte auch sein pro minute haben wir einen emozombie dabei ich spiele das noch gar nicht ich habe ja das mag ja sein aber ich antworte gerne wenn ich meinen namen hallo immer die leute die schräglaufen ich verstehe es nicht so weit ganz gut in die randrasen gruppenmarathon dabei bin mir doch nicht ganz sicher wo wir hinlaufen aber ich dachte mir überhaupt keine ahnung sehr schön ich wollte gerade sagen französisch ist gut geformt aber ich bin behindert weil weil curry einfach besondere wege nimmt denn curry im kreis ich denke ich glaube ich habe krok neben mir gerade hat er gerade eye of the tiger angestimmt okay dann ja auto was wo ist schon kaputt schlag ist schade kann ich zum explodieren schlagen nein leider noch so langweilig alles klar bis später alles klar ist verstanden aber aber die zone fast nicht egal ob ich mich aufs dach stellen und sagen runter von meinem rasen wir alle versuchen über diesen über diese mauer zu springen alle verkacken ja 1 familienhaus oder nicht ja er sagte umzingeln oder irgendwie rennen alle weiter super wie wir alle umzingeln ich dachte rein umzingeln wir jetzt sehr weitflächig oder was für das oder wir umzingeln die stadt eventuell ja genau das ist einem zombie abgefangen von welchem einfamilienhaus haben sie jetzt geredet von irgendwelchen weiß ich weiß es nicht vielleicht vielleicht ein ganz anderes gemeint und kronkh hat es schon mal weitergegeben ja in zwei kilometern rechts vielleicht die halle da oben auf das halber das wäre ja kein einfamilienhaus naja für nicht so reiche leute schon ja gut da brauchen aber mehr familienreihe als meine nicht wenn sie luxus haben wollen ja socken schlussverkauf oh ich hab gehört PS4 umsonst wo ist die PS4 ich hole sie ab wir sind schon wieder mit irgendwelchen Gewinnspielen gebetet oh nein nicht schon wieder mal eben recht ranfahren vergiss im blinker nicht der soll ihn machen im Laufen machen die Unterhose ist sowieso schimpel oh nein wahr oh nein ja das ist grau wenn du jetzt grün sagst ja das ist grau erschlack ich dich diese übelste Wanderung so beschissen ah bleibt doch nicht stehen boah also ich finde wir haben das mit dem Haus umstellen super hingekriegt nicht das ist ein sehr gutes Einfamilienhaus hier also ich finde das auch super gut oder müssen wir das jetzt hier noch bauen wenn nicht auf mir rumtrampeln was ist das denn hier auch irre jetzt erst recht ist das so ne Time-Massage oder was ja das ist einfach umsonst läuft hier auf mir herum das finde ich jetzt nicht ja komm leg die nieder ich kann nicht das geht nicht kann jemand den Horizon Song anstimmen so geht der Horizon Song kann jemand den Horizon Song bitte anspielen ich kann mich nicht hinlegen ich kann mich nicht hinlegen ich kann mich nicht mal drehen so verpackt ist das hier jemand muss seinen Teamkameraden auflegen ich kann mich nicht hinlegen sorry 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 das bin ich ich bin ausgenutzt ich kann mich mal Hilfe ich packe auf den Leuten rum Hilfe auf dem Feld unten fahren die anscheinend 105 ja ich hab die auch gerade gesehen was machen die beiden Schwebe-Schwebe-Mädels da oben eigentlich Entzündungshemmende Salbe meine Füße gehen auf boah alter der Kopf war fast nicht mal ich werde ich ey Chaos das ist auch spannend ich werde hier irgendwie voll weggebaut weg 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 such deinen Schützem uneBäume ah oh nein das wird doch genau so ja endlich ran�rup trails dengern wie so Kakerlaken im Licht werdet nicht wieder auf fahrt oder nein der wird mich gleich jetzt machen wir wahrscheinlich das ist gerade gefallen helft den leuten auf ja komm konkret gerade ist okay die sind da im norden die wollen runter schießen an der kippe an der kippe sie wollen runter schießen also passt auf dass ihr euch schön unterdenken stellt im nordwesten ist einer im nordwesten die wollen aber auf uns schießen von oben runter deswegen ein bisschen in sicherheit stellen die kommen auf uns zu die hol ist echt wissig auf einem nordwesten aus meine ich züchtigt sie immer dieses ich habe eric noch nie in unterwäsche gesehen ach man jetzt hat mich geben auf 7 zugespannt ach leck mich doch am arsch ich habe ich mir auf nein nein sie ist gewinnt ich halte ich habe ich zum geräusche schreiten Da hockt genau jemand vor mir. Da kommt alles aus dem Osten! Alter! Aus dem Osten! Keine Ahnung! Aus dem Osten! Zone! 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 Bewegt euch! Chaos, was denn bei dir passiert, man? Ich bin gerade vom Stein geflogen. Das ist krass, du hast die Knie aufgeschlagen. Ja, aber Pflaster hat es schon erledigt. Die ist immer noch da oben oder bin ich weitergerannt? Das war wie so eine Insektenmorde im Licht, ey. Bild dir deine Meinung. So, jetzt sind wir wieder in der Zule. Oh nein. Der ist schon wieder. Immer diese mitten Gutmenschen hier. Hä? Ach, hier liegt niemand. Ey, Paar, die verpeilte! Wo ist sie? Ah, da ist die verpeilte Paar! Guten Tag! Warte mal. Tobi und Curry, aber irgendwie... Oh, wer hat gesagt, er ist Bernhard. Was für ein Plan denn? Was? Plan? Was, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, die haben Curry und Tobi sollen, haben einen Plan und den sollen wir grad hinterher. Okay. Eventuell oben waschen. Keine Ahnung. Ja, den Berg vielleicht rumlaufen. Ja, aber das schaffen wir in der Zeit doch nicht mehr. Vielleicht ist die Zonen da, ja. Vielleicht ist die Zonen da, ja. dann entsprechend, wenn die Zonen... Ja, wo ist die Border-Bloss jetzt holen. Besonders, weil sie in 5 Sekunden moved. Aber aber die Zone kommt. Die Zone ist jetzt in 2 Sekunden auf dem Weg, ne? Die ist auf dem Weg. So, der kommt. Der ist von Räuter an. Okay. Hä, das ist doch Selbstmord. Das ist ja völliger Wahnsinn hier. Die sind alle schon tot. Die sind alle schon tot. Was sind die denn? Ach, meine Maus funktioniert nicht. Nein. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie so... Plan war gut, Umsetzung kacke. Der Plan war gut, aber leider war die Arme zu kurz. Haben wir jetzt einen Positionsdauer schon gemacht? Die sind unten wie oben, oder was? Ne, aber so. Auch noch ganz viele von uns. Also, ich weiß nicht genau, wo die sind. Das weiß, glaub ich, keiner grad. Oh. Also, die neue Zone ist quasi da, wo er kam? Super. Das ist schon mal eine sehr gute Erkenntnis. Also, wo ist der Feind? Da unten. Oder? Nein, das sind Zombies. Das sind Zombies. Ich vergess das. Oh, ja. Oh, Schüsse, Sybester. Sybester, Sybester. Oh nein, das wäre ja recht gefährlich, hier runter zu latschen. Ja. 210. Ja, wir müssen einfach machen, ne? Springen bitte. Ich rücke vor. Oh! Oh! Ich rücke ein bisschen vor. Wir sind immer noch 92. Also, 88. Ey, Leute! 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 Leute, folgt mich! Ich hab voll den Pan! Ich glaub, das ist jetzt einer bei 195 auf dem Pelsen. Aua! Ich weiß, der ist was schlecht, aber der musste jetzt raus, wenn ich erstmal die Möglichkeit habe, weißt du? Dann geht das hier anders. Ja. 195 ist einer. 195. Oh, der hat was dickeres. Au! Und Simon, nach was hat sich sein gefühlt? Ich weiß nicht. Da sind die den. Achso, okay. Unten, 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 unten. Bei 195. Süden, 195. Da sind die. Ach, einer bei Stein. Nein! Hey! 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 Oh! Was? Du bist unter mich gekrabbelt, ich bin hochgeflogen. Ah, da! Ich seh sie. Aber die haben nur einen Spot, ne? Nee! Wir sollten eigentlich umkreisen und von allen Seiten angreifen. Die Zone ist aber grad für uns. Ja, die Frage ist, wo sind unsere Mates, weil ich seh da nur, dass die da oben hängen und so ein bisschen... Curry, wo ist das tot? Lol. Ne, bist ja nur ausgenockt. Curry ist ausgenockt? Du bist Curry rechten! Die kommen in unsere Richtung, die kommen in unsere Richtung. Achtung. Curry ist ausgenockt. Pandorias. Pandorias lag. Curry ist tot. Curry ist tot. Tobi ist tot! Charged! Attacke! EI RANGE!!! EI RANGE!!! EI RANGE!!! EI RANGE!!! EI RANGE!!! Lol, Gronkh ist auch dauernd! EI RANGE!!! EI RANGE!!! Yeah, EI RANGE!!! EI ist dauernd! Yeah! Racer-Curl ist dauernd! EI RANGE!!! EI RANGE!!! Wo ist der Rest? Lebt noch einer von unten? das war ein großer ist großer ist einer ist doch bisher nur gestorben oder nicht ich glaube wenn er gerade ziemlich parisch durch die gegend hat eric sie werden nicht besser ich weiß sind sie tot also es müssen war überhaupt mehr gewesen als nur einer ich habe zwei gesehen ich habe nur eingesehen ja nicht gesagt ich habe nicht gesehen dass die gläufe zu ende ist es ist toby und alle also kommt auch da und ja aber ich weiß nicht ob er gestorben ist naja wir haben noch nicht die aber ich habe auch nur einen gesehen wo sind die anderen drei denn naja gute frage jetzt alle raus ja die sind beim stürmen wahrscheinlich dann leider umgefallen es ist mutig vor uns gegangen sie fährt twitter im augen ja genau mir die augentropfen für das wird als erstes ausgenockt werden alles klar du hast asthma geht zum arzt ich finde das auch immer geil wenn jemand total gelangweilt eskalation ich meine die ist die person dann drauf wenn sie nicht das können ich habe gesagt ich massiere ja also das ist noch nichts perverses die wird man jetzt je nachdem wie man zieht bei einer time massage wir haben schon gewonnen quasi sie wie sagt auch gerade weißt du so alle so könnte aber bitte hier anheben kommen immer schön immer schön aus die fliehe heben die fliehe heben das ist ganz ganz gut ich guck mal wie nah an der zone ist guck mal guck dir das mal an das ist so ein lebemensch leben an der zone zipfelkopf war auch noch einer von den lebenden der ist gerade aus der zone gestorben oder ja dann war anscheinend das kann auch sein aber sei dumm das glaube ich nicht bei dem die bei so klein wie die zone ist es ja schon viel zu groß ja obwohl es gibt ja mittlerweile neue neue art von der zone dass du jeden denken je näher du an der safe zone bist wegen der schaden bekommst oder nicht ja gut das ist natürlich wichtig ja dann wäre er schon tot ah ne Curry hat sich gerade gesagt es ist vorbei es ist vorbei es ist vorbei es ist vorbei holt mich Curry hat mich nicht okay alles klar dann schönen Abend noch ich bleibe noch so lange bis wir die runde gewonnen haben ich habe es gerade geschafft als letzter noch zu überleben aber leider bekommt man keine coins ja ist richtig ja ich bin jetzt nicht mehr los oh da hinten rennt einer da hinten rannte einer ich will keinen Sinn mehr überleben ok dankeschön wo meinst du deinem und Leben wo du kommt oh ich werde überleben und jetzt ich kann mich nicht mal bewegen um die zone abstehen ich auch nicht geh weg ich stehe hier auf einem und komm hier nicht mehr weg es war schön war schön mit euch es war ein wunderschöner Abend ich danke fürs mitmachen oh nein oh nein au au ich fliege ich fliege ich fliege ich fliege ich fliege ich überlebe ich überlebe ich überlebe ich sehe neun erik oh team sieben wow 13 ah sieben tschüss mal so ein bisschen und du hörst jetzt immer bei jedem und aufnahme stopp und aufnahme stopp わ